Willkommen bei einem zweiten Teil von der ARK Let's Play Reihe hier auf meinem Kanal. Ja, nachdem, ja, ich würde mal sagen, es beim letzten Mal einigermaßen gut oder auch gleichzeitig schlecht vonstatten ging, hoffe ich natürlich jetzt hier etwas besser dran zu kommen, ein bisschen besser zu sein. Und, ja, mal schauen, wie weit ich es schaffe. Ich hoffe, ein bisschen mehr als Level 3. So, das Feuerchen, das da unten ist, das heißt, ich brauche wahrscheinlich Feuer. Ich habe mich auch schon ein bisschen umgesehen, was dann hier alles so Dinger sein könnten. Ähm, okay, ich brauche auf jeden Fall Level 3, offensichtlich. Ach ja, ich habe ja noch gar nichts gesammelt wieder, stimmt. Also, ich muss erstmal wieder sammeln. Bis zum nächsten Mal. Außen Holz. So. Inventar öffnen. Den Pürbis hole ich mir mal. Äh, nein, ich wollte nichts suchen. Sorry. So, was haben wir denn hier noch? Also, ich brauche auf jeden Fall ein bisschen mehr zu mampfen. Also, Beeren und sowas alles. Pflanzen, Fasern, das brauche ich alles. Das sammle ich mal. Ja, also generell hätte ich auch von Anfang an einfach sammeln können. Das ist das Grundprinzip theoretisch bei dem Spiel. Ja, am besten suche ich mir mal einen guten Platz für ein Lagerfeuer und generell ein bisschen, ja, was gut ist. Wieso bekomme ich von diesem Baumstumpf Stroh? Und komplett weg ist er. Ähm, gut, okay. Wie steht's um meine, äh, naja, um meine Sachen, sag ich mal. So, ich möchte gerne wissen, wie ich dieses, wie ich zu diesem Pfeil komme. Was ich beim Pfeilen machen kann. Das möchte ich ganz gerne wissen. Ich weiß bloß nicht genau, was ich, also wie ich es machen soll. Ähm, Lernen, Lagerfeuer, Engrim, drei Engramm-Punkte. Iceland. Achso. Auf welcher Stufe befinde ich mich jetzt überhaupt? Auf Level 2, also, okay. Irgendwie muss ich auf Level 3 kommen. Ach, da hinten ist noch was. Moment, ich möchte Steine gern ausrüsten. Komm. Lass dich ausrüsten. Okay. Oh, was ist das denn? Okay, so kann ich rennen. Das ist auch gut. Da ist was Gelbes und auch was Gerünes, was leuchtet. Mal gucken, was das generell ist. Ich muss es irgendwie, irgendwie schaffen, ein bisschen weiterzukommen. Ein bisschen was zu, was zu finden, was jetzt, ja, was ich herstellen kann, sag ich mal. Nein, 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 nein. Von den kleinen Firen muss ich mich in Acht nehmen. Okay, ich brauche Wasser. Ich will gar nicht wissen, was das für ein Geräusch war. So, Wasser. Ich brauche passendes Werkzeug, um Gras, um Algen abzubauen, ist klar. Habe ich genug Wasser? Ja. Gut, was essen muss ich jetzt auch langsam. Sonst verhungere ich wieder. Was war das gerade? Ja, einfach mal aus dem Boden. Einfach mal aus dem Nichts kommen, das erste Mal, ist klar. Ah! Was ist los? Von wo kommt das? Hä? Hä? Wie älter Durst, ich habe doch genug Wasser gehabt. Ich habe doch Wasser, was sollt ihr eigentlich? Irgendwie verstehe ich das gerade gar nicht. Ich habe doch, dass dieses Ding auch mal verschwinden muss. Ich habe doch genug Wasser. Yes! Yes! Levelaufstieg! Perfekt! Das wird mir doch dem nichts, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll. Ich muss irgendwie ein Feuer herstellen. So, mal gucken. Wunderschöne Sachen. Was? Kann ich irgendwie das auswählen, dass ich alles nehme? Das ist irgendwie gerade ein bisschen sehr... ein bisschen sehr gut, dass ich jetzt so extrem lange jetzt hier drücken muss. Ja, krass. Ich wollte die Bären noch haben, ach Mann, oh Mist. Ich muss mir jetzt endlich mal irgendwie was suchen zum... Zum Übernachten. Was ist das? Ach du meine Güte. Ah, okay. Einfach gedrückt halten und dann kommst du auch von alleine in das rein. Perfekt. Was wollte jemand mit dem Verdursten immer mit dem Zeichen veranlassen? Ich hab doch... Ah, nee! Das ist kalt! Das ist kalt! Das ist kalt! Ja, ich brauch irgendwie jetzt endlich mal... ... etwas zum Feuer machen. Ah! Ich darf mich nicht fressen lassen. Was ist das hier? Was ist das denn? Jetzt muss ich jetzt endlich mal langsam ein Feuer hinkriegen können. Das ist ja sonst peinlich, wenn man nichts hinkriegt. Das ist ja ganz so schnell. Um... So... Und jetzt möchte ich ganz gerne wissen, wie ich das mache. Ich möchte jetzt ganz gerne wissen, wie ich... Wie ich das habe, wie ich das bekomme, wie ich das herstellen kann. Ah, okay, gut. Das habe ich fertig. Und wie rüfte ich das jetzt aus? Beine. Hm. Ja, neue Herausforderung. Wenn das mit den Knöpfen nicht klappen will. Das ist echt toll. Das will mit den blöden Knöpfen nicht klappen. Hallo? Hallo? Okay. Verwirrt. Ich bin verwirrt. Verwirrt. Ich bin verwirrt. Ja. Ja, jetzt habe ich das. Okay, jetzt kann ich das nicht machen. Ähm. Ähm. Mal gucken. Irgendwie muss ich das Sonoment ja noch hinkriegen. So. Perfekt. Das kann ich dann hoffentlich gleich irgendwie einsetzen. Was habe ich gemacht? Was? Ja? Hallo? Ah, okay. Mitnahme für... Was? Hm. Okay. So. Dann können wir jetzt die Dinger da hinpacken. So. Aber ich brauche immer noch ein Feuer. Das Feuer ist ja das Wichtigste, ne? Das Feuer ist das Wichtigste. Ich brauche dafür einen Feuer, Stein, Holz, Stein und Stroh. Und Feuerstein habe ich ja. Offensichtlich. Woah! Ähm. Okay. Level 25. Ja, ist klar. Ähm. Ja, so stark bin ich jetzt auch noch nicht vertreten in dem Ganzen. Aber 25 ist... oh. Ähm. Ich muss wieder ein bisschen was zu mir nehmen. So. Aber... Sonst verhungere ich gleich. Aber ich brauche immer noch ein Lagerfeuer. Sonst ist mir gleich zu kalt. Ja. Ja. Wie mache ich das? Ah. Oh, jetzt endlich funktioniert das mal. Jetzt ist mir nicht mehr ganz so kalt. Hoffentlich. Ähm. Ja, ich glaube, das müsste ich dann doch irgendwie nochmal wieder rausbekommen, warum ich das nicht hinkriegen kann. Ach, hier Lagerfeuer. Ah, hier Lagerfeuer. Okay. Mir fehlen doch Steine und mir fehlt ein Feuerstein. Okay, gut. Ähm. Da fehlt mir Feuerstein. Wo finde ich Feuersteine? Ist die Frage, ne? Wasserschlauch. Ich brauche Leder. Ja. Für eine Steinachs brauche ich auch leider einen Feuerstein. Wo finde ich Feuersteine? Ach, du meine Güte. Ich brauche überall Feuersteine für. So. Ähm. Ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht so ganz genau, was ich bin. wie ich weitermachen soll. Äh. Ja. Wie ich weitermachen kann. Ist der Baum jetzt mal kaputt? war auf. Sei kaputt. Endlich. Ja. Mir ist immer noch... Ach, ich habe gekackt? Jetzt habe ich es auch lesen können. Hahaha. Ja. Ähm. Mir fehlt leider immer noch irgendwie ein Feuer. Da muss ich wohl irgendwie mal gucken, wo ich Feuersteine herkriege. Feuerstein. Ah. Warum ist das jetzt so dunkel hier? So, ich brauche was zu essen. War hier nicht irgendwo Fleisch? Ja. Ja. Ja, ich hoffe natürlich, das hält ein bisschen länger. Ähm. Stroh habe ich ja genug. Raptor-Kostüm. Ich glaube, das bringt mir nicht sehr viel. Ein Raptor-Kostüm. Zumindest noch nicht sehr viel. Wie mache ich denn das mit dem Lagerfeuer? Wo finde ich Lagerfeuer? Äh. Feuer... Feuerstein meine ich. Perfekt um Fleisch zu kochen und ich spende zugleich Licht und Wärme. Ja. Ist ja schön. Wäre ja schön, wenn ich dementsprechend dann auch... Ähm. Ja. Weiß, wo ich hin soll. Aber ich glaube, wir machen hier dann auch erstmal Schluss. Ich hoffe, dann beim nächsten Mal wird es hier wieder ein bisschen heller sein. Ähm. Mal gucken, was können wir als nächstes upgraden. Oder irgendwie generell machen. Okay, ich habe nur einen verfügbaren Punkt. Und trotzdem habe ich eben gerade ein Level abbekommen. Was hat man denn hier noch so für Möglichkeiten? Oh. Vielleicht sollte ich mir ein Fundament aus Stroh ein bisschen größer bauen. Wäre, glaube ich, ein bisschen angebracht. Aber ich glaube auch erst im Helgen. Deswegen sage ich danke fürs Zuschauen. Und ja, wenn euch der Part gefallen hat, ein bisschen besser als der letzte, dann lasst doch gerne ein Like da. Vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und ja, generell, wenn ihr ARC ganz gut findet. Und ja, dann schauen wir mal, was uns das nächste Mal erwartet. Und ich bin echt erstaunt, dass hier überall so eine Kometen rumfliegen. Aber ist der Sternenhimmel nicht wunderschön? So schön die Sternen, klar. Naja, gut. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich verabschiede mich. Ciao. Ciao. Ciao.